Sie möchten gerne Radio hören, ohne Frequenzsuche, ohne Rauschen im Hintergrund? Dann brauchen Sie DAB Plus und zum Beispiel das Technisat Digitradio 250. Hören Sie das? Klarer Klang, das ist digitales Radio, DAB Plus. Technisat bietet Ihnen bei den Fernsehgeräten und Receivern digitales Fernsehen, Full HD, tolle Auflösung, tolle Programmvielfalt. Beim Radio haben wir unsere Radiosender und auch die können Sie jetzt digital empfangen, in einer tollen Klangqualität und DAB Plus ist bundesweit verfügbar. Schauen Sie mal auf die Deutschlandkarte, da sehen Sie auch, dass Sie das DAB Plus zu Hause und unterwegs empfangen können und mit dem Digitradio 250 haben Sie da den passenden Begleiter, denn wir haben im Lieferumfang ein Netzteil für zu Hause für die Stromversorgung, natürlich auch eine kleine Anleitung, aber Sie können auf der Rückseite auch vier Batterien vom Typ AA einsetzen und können dann auch unterwegs digitales Radio genießen. Dazu kommt dann, dass das Radio zwei Lautsprecher hat, also Stereoklangqualität und beim DAB Plus, ich fasse das nochmal zusammen, kein Rauschen, keine Frequenzsuche, mehr Informationen über den Sender, über das, was gerade läuft, dann natürlich die Zukunftssicherheit für Deutschland und für Europa generell und, was ich halt genial finde, die Programmvielfalt. Hier sind mal ein paar Sender ausgewiesen, was ich alles empfangen kann. Bei mir sind es hier gerade jetzt 24 und vor allen Dingen nicht nur regionale Sender, sondern auch überregionale Sender. Aber DAB Plus ist natürlich nicht alles, das Radio hat auch einen normalen UKW-Radioempfang, den wir natürlich auch schon seit langer Zeit kennen. Die Bedienung ist ganz einfach, die möchte ich Ihnen kurz mal erklären. Wir haben hier oben ein zweizeiliges LCD-Display, da sehen Sie jetzt gerade den Radiosender Energy, darunter sehen Sie auch angezeigt, was da gerade für ein Song läuft, wer der Interpret ist und wir haben darunter über den Lautsprechern sozusagen eine Reihe an Bedienelementen und die gucken wir uns jetzt mal von links nach rechts an. Hier links habe ich die Mute-Taste, damit kann ich den Ton ein- und ausschalten, also mal zack, lautlos. Daneben die Menü-Taste, wenn ich da drauf drücke auf die Menü-Taste, bekomme ich jetzt hier Informationen eingeblendet, die ich dann daneben mit den Pfeiltasten hoch und runter direkt auswählen kann. Da geht es um die Senderliste, das System an sich, dann hier zum Beispiel auch die manuelle Einstellungen. Also das ist quasi so mein kleines Systemmenü. Nochmal auf die Menü-Taste draufklicken, ist das wieder weg. Daneben haben wir die Taste Enter, um etwas auszuwählen. Hier auf dieser Seite Preset bedeutet, Sie können Ihre Lieblingsradiosender als Favoriten natürlich speichern, damit Sie sie ganz schnell wieder aufrufen können, ohne sie suchen zu müssen oder auswählen zu müssen aus der langen Liste. Dann haben wir auf der Seite natürlich noch die Lautstärkeregelung, gefolgt von der Info. Wenn ich da jetzt drauf drücke auf Info, dann sehen wir hier im Display einmal die Empfangsqualität, welche Musikrichtung das ist, wo wir sind, dann noch mal ein paar Angaben generell zum DAB Plus, was die Klangqualität angeht, die Uhrzeit oder Datum. Das wird ja alles digital mit dem Radiosignal auch mit übertragen. Und noch einmal auf Info bin ich wieder beim Interpreten. Dann haben wir daneben noch die Taste Scan. Die ist natürlich auch ganz wichtig, gerade um einen Radiosender zu suchen, zum Beispiel auch beim UKW-Betrieb. Das heißt, wir müssen noch umschalten können zwischen DAB Plus und UKW. Und das machen wir hier mit der Taste Source. Und ganz zum Schluss in Rot, das ist natürlich der Power-Schalter, sprich die Taste, um das Radio generell ein- oder ausschalten zu können. So, digitales Radio hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Jetzt drücke ich mal auf die Taste Source und wechsle mal zum UKW-Sender. Einmal anmachen. Oh, da läuft jetzt gerade keine Information, weil das sind jetzt gerade die Nachrichten, die jetzt laufen. Ich habe dann halt hier dann auch die Frequenz angegeben. Und ich kann hier auch einen automatischen Suchlauf durchlaufen lassen, damit ich dann halt auch die stärksten Sender oder alle Sender dann natürlich auch finden kann im UKW-Bereich. Ich aber empfehle Ihnen auf jeden Fall DAB Plus. Und mit dem Digit Radio 250 können Sie das gerne auch mobil unterwegs genießen durch den Batteriebetrieb. Und Klangqualität, Auswahl sprechen einfach für DAB Plus. Die